Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Black Tale. Ähm, ja, wie soll ich sagen, in der letzten Folge sind wir hier drin in der Höhle gescheitert, aber wir werden jetzt reingehen. Ich hab glaube ich alles hergestellt, ja. Ähm, nehmen wir auch gleich wieder die Honig. Oh, das kennen wir ja schon. Okay, ich kann, ich kann, ich kann einfach nicht nach hinten, du kannst einfach nicht über Sachen, äh, dashen, über, über Kanten. Das ist ja so dumm. Ich glaube, ich muss diese Honigpeile ausprobieren. Oh, she went this way. What's that noise, huh? These arrows are dripping with honey. Let's go. Was ist das? Okay, wir müssen hier auch verbinden, in den Nest. Was ist das? Okay, wir müssen hier auch verbinden, in den Nest. Was sind noch mehr solcher Pfeile? Ich habe halt kaum Leben. Was ist das? Was ist das? Okay. Vertrauen würde ich dem jetzt erstmal nicht. Jetzt nochmal hier, wo er war. Okay. 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 Let's go. Ich habe schon zu viel gemacht. Nein. Okay, das ist ein bisschen zu. Ja, alles. Oh, Peile. No more honey, please. Oh, Peile. Oh, Peile. Oh, Peile. Peile. Oh, Peile. No. I want more. Oh. 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 Bitte lass mich jetzt nicht noch mal durch die ganze Höhle laufen. aber ich glaube nicht über dem anderen ich war direkt vor der höhle bin ich okay hoffe jetzt ok ok wir können uns nicht mehr springen Wer? Wer ist da? Bitte? Pee-Wee, so full. Oh, go away! Pee-Wee, ich kann nicht mehr haben, lieb. Oder er... Bite your head off. You'll feed, Pee-Wee. One way or another. Oh, it tastes so... No more, honey! Please! Why are you doing this to Pee-Wee? Stop it all! Oh, honey... Pee-Wee! Kill yourself! Hey, we have too much already. Geh! Okay, okay. Keine. Keine. Nicht mehr, Schüttner! Bitte! Hey, 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 hey. Clearly had two bucks already. Ich will mehr! Ich bin zufrieden. Es gibt keinen Grund dafür, dass du dich so machst. Warte mal, du bist ein wirklicher Draken. Du bist nur ein... ein Imp. Aber größer und mit... Du bist sicher nicht wie ein regularer Imp. Ein Imp? Vielleicht ein lange, lange Zeit. Pee-Wee, richtig? Was passiert dir? Pee-Wee und Lee-Wee... Pee-Wee und Lee-Wee... Wollten sie lieber zu Spic. Für ihretle. Pee-Wee und Lee-Wee. Wollte das Mal tief in die vorherm. Und wurden alle Reis gefangen. Die Reis erregte. Verriff. Ja. Ich bin heilig, ich bin heilig. Ich bin heilig. Ich bin heilig. Oh, if he makes dragon noises. Liquid gold rules the world. Be myself. Can't have any more. But, please, one more final sip. I think you've had enough already. Just go. Please, one final sip. Here we need it. Just a little sip, please. It was high time he went on a diet. You heard what he said. The roots did this to him. Wo war das jetzt eine schlechte Tat? Äh, Peewee. Der Nimmersatte, der von den Wurzeln verschlungen wurde, sowohl seine Kobold als auch die Drachennatur scheinen nicht genug vom Honig bekommen zu haben. Peewee, der Kobold war zwar ein wenig zögerlich, aber sein Drachenkollege hat ihn immer wieder dazu gebracht, weiter zu essen. Eine Gruppe kleiner Pilze hat seine schlechte Verfassung ausgenutzt. Allen voran Tweak. Äh, Tweak. Wir wussten schon immer, dass er eine nervige kleine Backe ist, schon in South Park. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Äh, wie genau ihre List aussehen sollte, war anfangs noch nicht ganz klar. Doch, äh, sie klauten dem gequälten Kobold vor, und, äh, vor... Gaukelten dem, äh, Kobold vor, ein furchterregender Drache zu sein, dessen Zorn man nur entgehen könnte, wenn man großzügig Honig, äh, Honigopfer darbrachte. Später stahlen die Kinder ihren Teil des Honigs, zu welchem Zweck, ist allerdings weiterhin ungeklärt. Ein solches Leben hat nicht lange... Ein solches Leben hat nicht lange überdauern können. Ja, ja, ich frag mich nur grad... Ich glaub, ich hab mich grad für böse entschieden, oder? Da stehen halt auch Passive und sowas dabei, was... Wir sind auf jeden Fall noch im guten Sektor. Ähm, ja, ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Aber ich glaub, wir haben uns trotzdem richtig entschieden, weil... Hätten wir ihm nochmal Honig gegeben, das... Nein, das machen wir nicht, ne? Wir nehmen natürlich den ganzen Honig mit, das sind gute Ressourcen, ne? So... Erstmal nochmal... So... Können wir ja bestimmt dann auch gleich herstellen. Die Frage ist nur, wie wir jetzt hier wieder rauskommen. Okay, wir müssen hinter ihm hoch... Okay, wir müssen auf jeden Fall hinter ihm hoch... Ich glaube, wir haben uns tatsächlich böse entschieden, ne? Aber wenn wir abwarten, wären wir böse gewesen. Ach, Kacke. Das war für mich nicht so erkenntlich. Ruf... Okay. Ah ja. Okay, können wir wirklich nichts machen? Okay. 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 Ja, das war auf jeden Fall kein normaler Drache. Und hier sind wir jetzt wieder da... Wo wir letztes Mal nicht reinkamen. Hier haben wir diese Armeisenpunin. Heißt, hier oben müsste... auch ein Speicherpunkt sein. Vorne. Den holen wir uns als erstes. Jetzt gehen wir mal kurz back in die... Hat sie? Oh? Oh? Jao-Ti. Oh. Es ist ja... Bitte gerne. Ich will nicht auftauchen. Okay. Okay. Das ist gut. Oh, jetzt. Zu gefährlich. Shit. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Die Federn. Oh, ich brauch mal. Irgendwann mal. Oh. Ist so dumm, dass die nicht runterfliegen manchmal. Also, wir werden die Prüle. Eine. Oh, nicht du wieder. Was die... Wir hören, die Katze sagt, dass die Stone sagt, dass eine der Stonelings fallen in den Riven. Es wird sich um ein Wunscher Goldfisch, wenn es in der Wasser bleibt. Wir können das nicht passieren. Wir müssen es rauskennen. Und für das, wir brauchen eine Rode mit einem goldenen Line. Sie sagen, dass eine der Rode mit einer Rode mit den Runden geliebt hat. Und niemand hat sie gesehen. Bist du ernsthaft? Wir sehen uns, wie wir schreien. Aber... Find die Rode mit Rode. Das ist was die Stone sagt. Und das ist was wir machen. Oh. Oh. Okay. müssen wir irgendwie auf die andere seite ich gucke jetzt gerade mal nochmal was Vesp sagt äh finde die rote rose Fisch ich sollte mir selbst ein Fischbrot machen das musste wir hier so das ist hier auf überlicht ab da schaut mal see the rose keep the bow hidden they're easy to scare gotta see what it's looking at the sparks blow them away leave this one alone keep the bow hidden leave this one alone keep the bow hidden no we need this one hide the bow okay und wie stecke ich den wieder weg die stecke ich den bogen wieder weg find ja ein weg die truhe zu öffnen um um hey hey was mache ich hier schon wieder ich weiß nicht mehr wie man die Waffe wegsteckt hey probieren wir es nochmal leave this one alone keep the bow hidden leave this one alone keep the bow hidden hey 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 ich verstehe aber nicht wie ich das dann hier machen soll ich komme hier eh nicht hoch find ja ein weg die truhe zu öffnen ja aber wie 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 machen wir das find ja ein weg die truhe zu öffnen ich weiß أَckelt Bats... Quite a lot of them, too. Quite a lot of them. Watch out for that noise. Das geht nicht. Ich glaube, hier soll ich noch nicht rein. Nein, wir brauchen das. Schrauben die Batsche. Ja, okay. Schrauben die Batsche. Kann sie hier nicht platzieren? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Wurde das erklärt, was ich machen soll? Wurde das gesagt? Habe ich das überlesen? Hey. Äh, bro. Kampf war vorbei. Ah, 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 ah. Hier können wir, glaube ich, nochmal alles lesen, ne? So. So. Eine eigenartige Rose steckt hinter ihrem... Also, die... Hier wird die Angelrute drin sein. Obwohl, kann doch sein, oder? Ich muss da in die Höhle wahrscheinlich rein. Und muss da... Er muss die Wurzel... ...granischen, ne? Also, geh ich jetzt einfach mal davon aus. Wie ist das in die Höhle? Nein,ạoide. Das ist so schlimm. Wurzelt. Oh, das ist doch nicht. So. Oh, das ist doch ein Hai. Oh. 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 Oh, das ist doch nicht. Oh... da gibt es gerade Ah ja, guck mal. Von da mit Sicherheit nicht rüber. Oh, sie hat mir jetzt wahrscheinlich die Brücke gezeigt. Ich wollte es einfach ausprobieren. War irgendwie klar, oder? Wir haben hier ja nochmal gespeichert. Heißt, wir müssen einfach nur nochmal runter. Das ist auf jeden Fall eine Truhe. Würde ich gerne auch tatsächlich haben. Haben wollen, haben. Wir haben ja die eine unten nicht eingesammelt. Deswegen machen wir das jetzt noch schnell, bevor ich die Folge beende. Ich freue mich auch schon wieder lang. Das ist ein Problem. Ich freue mich gerade. Oh, in Sumas? Nice. Hey danke. War auch gar nicht knapp und ich war, hab mich nicht irgendwie in eine Ecke getränkt gefühlt oder so. Alles gut. Hey. 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 Die sind auf jeden Fall auch gebotet. Hä? Hä? Das habt ihr doch gerade auch gesehen oder? Ich will das jetzt in der Folge noch machen, aber die Folge wird zu lang. Also wir werden das in der nächsten Folge machen. Ich meine, ich bin jetzt hier dumm gestorben, aber da war es auch so ein... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Dann können wir das zugucken, meine Freunde und ich hoffe, wir werden dann endlich die Angelrute kriegen. Da können wir auch hin und wieder mal fischen. Äh. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Das war ja dumm, aber da war doch so eine Brücke. Hätte ich da drauf springen müssen? Ich weiß es halt einfach nicht. Ich weiß es halt einfach nicht. Ähm. Das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Danke fürs zugucken. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.